Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Oh, sorry, nochmal da. Äh, ja, äh, Leute, wir spielen heute Big Paintball mit vielleicht, ne, ich glaub, den kennt ihr noch nicht, Harry aus meiner Klasse. Hallo. Ja, ich hoffe, man versteht ihn. Ähm, ja, wir sp- oh. Wir spielen Big Paintball, ich muss kurz was schauen. Ähm, warte. Warte, red mal, red mal, nochmal. Hallo, hallo, hallo? Ja, man versteht dich ganz. Man versteht dich ganz gut. Okay, also, bist du drin bei mir? Ja, bin ich. Dann, ich warte auf mich. Bist du Team Rot oder Team Blau? Ich wär zu sagen, ich glaub, bist du Rot, der Name? Na, äh, schießt du? Achso, ich bin, ich bin, ich schieß gerade auf dich von hinten. Hallo. 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 Ja, da bin ich mit der Party garne am Start. Nächste Zeit werden vielleicht, ähm, ein paar mehr Videos mit Harry kommen, denn, ja, sozusagen, er hat auch immer gefragt und möchte ihn das nicht versauen. Also, ja, so ein... Oh, je, 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 ist gerade bei mir jemand drin. Also, ähm, würde mich schon mal freuen, wenn ihr ein Like da lasst, abonniere meinen Kanal kostenlos, würde mich da freuen. Und... Und... Ja, wie viele Likes wollen wir auf das Video schaffen, Harry? Nee. 200 oder übrigens 100. Okay, komm, wir schaffen die 100 Likes. Ja, komm, strengt euch an, also, kommt, das schaffen wir. Wir können es erst höchstens schaffen, wenn wir 100 Aufrufe haben. Das geht auch sehr schwer. Ja, Mann! Ja, komm, ja, er ist okay, heute. Okay. Komm. Das ist schwierig. Muss halt die ganze Zeit irgendwie in Bewegung bleiben, oder so. Wollen wir auf dem Handy, das ist ja schwierig. Ja, übrigens, Harry spielt auf dem Handy. Hey, komm, ja, haben wir ihn jetzt gekillt? Ach, keine Ahnung. Hm. Was ist jemand? Ja, ich hab niemanden gekillt, bitte. Verdammt! Oh mein Gott, das ist jemand OP. Ah, ist okay. Ich hab immer noch nicht genug Geld, für mich eine Waffe zu kaufen. Ich hab immer noch eine Anfängerwaffe. Ist auch nicht so schlimm. Oh, nix. Scheiße! Ja. Ich hab 95.000. Bringt euch ein Ziel. Wie viel hast du? Ich mag sehr lecker. Wie viel hast du? Wie viel Geld? 1.855. Okay, ich hab 95.870. Angeber. Freunde, ich dachte wirklich das Spiel durch. Äh, Big Paint Boys würde ich zu geil. Ich will gar nicht wissen, was für Waffen du gerade hast. Ich hab die Party gegangen, kannst du nochmal nachschauen im Waffenjob, also zu lange, wenn du stirbst. Freunde, lasst euch schon mal ein Like dafür, Harry. Na, er hat zwar keinen YouTube-Kanal. Alter! Ich hab mal einen Kill machen! Damit ich weiß, dass ihr das Format feiert mit Harry. Und ja, deswegen will ich mich nicht freuen. Oh, ey! Tja. Also wie gesagt, 100 Likes, wollen wir schaffen. Ey, komm schon! Hast du die Party gar nicht entdeckt? Warte, wenn du das nächste Mal stirbst. Lass mich mal vielleicht kurz killen. Lass dich mal kurz killen. Dann... Ey, du musst soweit nach unten scrollen. Und hier ist hier... Hier hat jemand die SMG. Die... Na, zu dritt gehen die auf mich. Ja, wahrscheinlich hab ich ja ne Chance. Hm, ja. Also wie gesagt, 100 Likes. Das schaffen wir! Hoffe ich mal. Ja, dieser Non, ist ja so okay. Ich find gleich mal meine Sniper. Ja, voll drüber. Scheiße! Ich nenne meine Sniper und geh jetzt nach oben. Ja. Ja. Ach, komm schon. Ja, mein nächstes Ziel, Freunde, sind auch die... Äh, 30 Abus. Das ist nicht mal bereit. Oh! Stammt! Headshot! Komm zu uns! Hey, wie gesagt, mein nächstes Ziel sind die... Hi! Mein nächstes Ziel sind die... Ähm... Was hab ich gesagt? 30 Abonnenten? Ja. Wenn wir das schaffen, ist schon mal echt cool. Vielleicht könnt ihr euch nachher meine Verabredung daran erinnern, wenn ihr die schon mal gehört habt. Ähm, dass ich... Wenn wir 30 Abonnenten haben, dass ich dann alle Kommentare zu einem Herz mache. Hast du das auch schon mitgekriegt, Harry? Was denn? Ähm, dass wenn wir die 30 Abonnenten haben, ähm, jeder Kommentar ein Herz kriegt? Hab ich dir das schon mal erzählt? Ja, gut, dass ich... dass mich hier fehlt haben. Was ist denn das schon? So. Ich hab doch... 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 Ich hab doch alle sauer aus mich. Na, nee. Ist der mei. Wie? Was auch? Hab ich grad für den Headshot gemacht, der? Oh mein Gott. Oh! Scheiß. Oh mein Gott, ich nehm gerade alle hops. Oh! Oh mein Gott, ich hab schon richtig guten Titel... Für das Video. Willst du sagen, was? Nein. Unge nimmt alle hops. Äh, Unge, sag ich schon. Unge nimmt alle hops, wahrscheinlich. Nein. Äh, Janik Groblox nimmt alle hops. Weil sozusagen, ich hab gerade richtig viel... Ähm... Ich frag mich, was du für ein Bild du nimmst. In dem ich, ähm, auf dem Boden lieber, ähm, abgeschossen werde. Was ist gemein? Nein, 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 ich kann gar kein Bild von dir. Also, ich weiß nicht, wie das geht. Ich muss erinnern, ich muss erinnern schon, dass, äh, was der Computer auswählt machen. Oder, ähm, ähm, äh, was, äh, was ich sozusagen auswählen kann, was da, ob da zum Beispiel eine Schrift ist. Wie zum Beispiel, weil ich hab's ja gesehen, Sand-Digging-Simulator, das ist diese Schrift, wo draufsteht, Sand-Digging-Simulator. So hast du dich nehmen. Jetzt nimm ich wie ein Wachpost und geh nach oben. Ähm, komm richtig zu uns. Wie gut dann wär eigentlich. Keine Ahnung, aber wie viele Käse hast du? Einen. Oh no, hatte da gerade jemand eine Atombombe? Ähm, leicht. Hä, nee, gibt es gar nicht mehr, es gibt gar keinen Nuke mehr. Als ob es keinen Nuke mehr gibt. Es ist ein Nuke, Alter. Es ist ein Nuke, Alter. Hä? Ja, Alter. Bam. Wut der Versuchbar. Wut der Versuchbar. Oh mein Gott. Hä? WTF, wie können die alles treffen? Warte, ich wollte mal was schauen. Kommt weiter, okay. Ich nimm gleich mal die Uzi. Meine Akimbo-Uzi. Sie ist auch sehr OP. Ah, da muss man halt in den Kampf gehen. Oh je je. So ein, und dann hab ich schon, ähm... Verdammt! Okay, ähm... Ja, schreibt mir auch in die Kommentare, wie findet ihr, wie gesagt, das Format mit Harry. Äh... Ihr seid beleidigend. Ich nimm jetzt meine Uzi. Hi Harry. Siehst du, wie ich auf die Schieße heul? Uzi, kommt! Hast du immer noch die erste Waffe? Ja, klar, ich aber nicht mehr, wenn ich da auch ein Kill mache. Also, ich bekomme dann unten ein Extra. Und noch ein Kill. Wie viel Geld hast du? Äh... 2.252. Okay, warte mal, ich lass mich mal killen. Nein, nein! Verdammt! Ach so, dann doch nicht. Schau mal, die kannst du dir ja nicht leisten, oder? Ne, noch nicht. Hä, wirklich? 100. Warte, wie viel? 100. Oha. Oh nein, ich habe es jetzt mit dem G ausgewählt. Brrrrrr. Oh so. Kann, kann, kann. Stimmt's auf den Boden? Was? Ich weiß, die Minigam. Die Minigam sollte nicht ganz viel sein. Brrrrrr. Brrrrrr. Die schießt fast so schnell wie die SMG. Nein, meine ich nicht dringend, ja. Freutag Vater! Hm. Ah, ah. Nee! Mein Gott! Das Tiete, Janik Grubel, sei dran, neum, nimmt alle Hops, passt irgendwie doch nicht. Brrrr. Das Tiete, Mut, oh! Ich hoffe, man versteht Harry ganz gut. Ich runde genau 30 Sekunden, ich möchte noch die 100.000 erreichen. Die 100.000 Abonnenten, Kappa. Die 100.000 Schüsse. Naja, also die 100.000, äh, Geld, Euro. Die 100.000 Geld? Weil bin ich komplett lost? Allerdings hätte ich nicht lost in die Kommentare. Gutes Deutsch. Kommt, Tika zu uns. Alter, aus der Mitte für die Waffe. Wie ich ihn einfach nicht treffe, danke. Oh mein Gott. Die 100.000.000, äh, Lust. Ja, Runde vorbei. Du hast ja vorlettel... Oh, du bist Level 1, also kann man nicht sagen. Ich will zum ersten Mal. Ich hab das größte Level. Das ist mal rechnliche Scheiße. Weh, war, 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 war. Ja, richtig. Und wir sind los. Ja, war, Haus. Nur weil Carsten will, Alter, das sind richtig große Chancen. Hallo. Oh, nee, ist Teamspiel. Welches Team? Bist du rot oder blau? Hast du rotisches oder blauer? Blauer. Oh, ich bin rot. Ha, nee. Ah. Na, komm, Jungs. Viel Zeit schreden, Hedis. Harrys Team. Ich hatte zwar noch keinen Kill, aber egal. Harrys, du bist ein gutes Deutsch, Janik. Ja, ja, ich weiß, danke. Ich dachte, wir wären Freunde. Verdammt. Ah. Ich hatte dich gerade nicht gesehen. Ach, du bist tot. Mann, ich will da keine... Mann, komm schon von der Base aus. Ja, kein einziges... Da. Mein erster Kill ist vorbereitet. Junge, schieß mit deiner goldene Ska auf mich. Wer, ich? Nein, Gekka. Ah. Verdammt. Ich hasse Sniper. Ah, Mann. Junge, ich habe ja nie einen Kill gemacht. Ich habe da gar keinen Kill. Ey. Ja. Wieso müssen wir die ganze Zeit hin und her rennen? Wo ist das Spawnpoint von Elch, ey? Das möchte ich gerne mal wissen. Hä? Kann doch gar nicht sein. Scheiße. Mein Gott. Ah, ah. Da ist jemand. Ja, mein erster Kill. Oh mein Gott, ich bin so krass, Kappa. Und jetzt so... Oh mein zweiter Kill. Und gleich so mein dritter Kill. Okay. Na. Oh, so knapp. Der eine ist aber komm, der Doppel. Nein. Ich bleib bei der Skam. Der lief ganz gut. Hä, aber schießt jemand blau auf uns. Hm? Hast du schon einen Kill? Ja. Nee, die ist doch gar kein. Ey. Hinter mir so ein kleiner... Hä? Und wenn ich weiterlos so sterbe, dann fix ich das Team. Oh mein Gott. Hm. Come on. Ich meinst die Partygun? Und wenn es mir da nicht läuft, dann hab ich auch keine Ahnung. Dann muss ich wahrscheinlich wirklich die, ähm... SMG nehmen oder so. Oh, die. Oh, die nehmen mir immer die Kills weg. Oder die UZC. Ich meinst die, äh, SMG erstmal. Und dann, nämlich die UZC. Ah, ich muss kurz was schauen. Okay, es wäre vielleicht gut, wenn wir jetzt schon das Video beenden. Oh Gott. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, das ist mit diesem Video. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lass einen Like da. Aber ich mein Kanal kostenlos. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und dann, ja, sehen wir uns. Weißt du, was kommt? Sehen wir uns bald. Harry, weißt du, was kommt? Ja. Sehen wir uns bald. Was? Was kommt dann für ein Wort? Dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein. Bis bald. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.